Der Torwart, der in der koreanischen Liga beim Tabellenletzten spielt, ist im Turnier zumindest einer der auffallenden Schlussmänner. Sicher auf der Linie, starke Reflexe, die er bei einem Goretzka-Kopfball nach der Pause bewies. Bemerkenswert sind auch seine weiten Abschläge, die fast immer im Seitenaus landen. Am bemerkenswertesten, wie wenig er zu tun bekam.